Hallo, seid gegrüßt, hier ist wieder Bernd von Sachsvideotraining.com oder von Sachsbrick. Ihr seid in der Daily Saxophon Show. Ich habe es endlich wieder geschafft, ein Video für euch zu machen. In der letzten Woche war ziemlich viel los. Ich habe mich mit anderen Sachen beschäftigt und ich hatte überhaupt keine Zeit, ein neues Video zu machen für diese Reihe. Es gibt jetzt einen Blues-Saxophon-Kurs auf dem Portal Sachsvideotraining.com. Könnt ihr bald besuchen, wenn ihr wollt. Und dafür habe ich eben verschiedene Module gemacht, verschiedene Videos aufgenommen. Und ja, das hat so viel Zeit gekostet, ich konnte einfach sonst nichts anderes machen. Und nebenher muss ich auch noch unterrichten in der Schule und dann bleibt das manchmal hier das YouTube-Zeug auf der Strecke. Aber heute geht es weiter. Und ich zeige euch heute und in den nächsten paar Filmen, Videos und Folgen, zeige ich euch ein bisschen was zum Thema Blues. Das ist auch passend zu dem Blues-Kurs. Und ich zeige euch ein bisschen, wie man den Blues-Tonleiter spielt, wie man die üben kann und was man alles damit anstellen kann. So ein paar Blues-Licks, zeige ich euch, die ganz gut klingen und die ihr in verschiedenen Tonarten üben könnt. Und dann habt ihr immer was an der Hand, wenn ihr mal was spielen müsst. Und euch fällt nichts ein. Könnt ihr immer Blues spielen. Das klingt immer gut. Finden alle immer toll. Wenn man mit dem Saxophon Blues spielt, klingt super. Okay. Ich zeige euch mal eine Blues-Tonleiter. Die ist ganz einfach. Und zwar machen wir das jetzt hier auf dem Altsaxophon. Ich sage euch, die Töne für das Altsaxophon. Ihr könnt das aber auch gerne mit einem Tenor machen. Wenn ihr Tenor spielt, ist kein Problem. Das klingt dann nur anders. Das sind andere Töne, die rauskommen. Die Griffe könnt ihr aber genauso benutzen, wie jetzt hier mit dem Altsaxophon. Und wir machen eine E-Blues-Tonleiter. Also eine Blues-Tonleiter, eine E. Blues-Tonleitern sind Moll-Tonleitern. Das bedeutet, wir brauchen eine Moll-Tertz. Das zeige ich euch alles. Das müsst ihr erst mal gar nicht wissen. Okay. Es geht los mit dem Ton E. Also hier unten, oben nehme ich alles zu. Unten greife ich das E, die zwei Finger. Mein erster Ton. Der nächste Ton ist dann das G. Dann kommt das A. Jetzt kommt eigentlich noch ein besonderer Ton. Den lassen wir erst mal weg. Den erkläre ich gleich. Jetzt spielen wir weiter mit dem H. Und dann geht es hoch mit der Oktavklappe zum D. Den letzten Ton, den nehmen wir, das ist wieder der erste, das ist das E, der Grundton. Okay. Machen wir das nochmal von unten. E, G, A, H, D und E. Klingt so. Das klingt auch schon gut. Das ist jetzt noch keine Blues-Tonleitern. Das ist erst die Moll-Pendatonik in E. Also E-Moll-Pendatonik. Und wenn man damit spielt, das klingt auch schon sehr gut. Jetzt brauchen wir noch einen Ton, einen zusätzlichen Ton. Und dann machen wir aus der Moll-Pendatonik eine Blues-Tonleitern. Und zwar ist das der Ton hier oben zwischen dem A und dem H. Da ist nämlich noch ein B dazwischen. Das können wir hier an der Seite spielen. Also oben greifen wir das A. Und hier greifen wir unten das Seiten-B dazu. Und dann hat es hier die Abfolge A, dann kommt das Seiten-B und dann kommt das H. Die drei Töne probieren wir mal. Also A, Seiten-B, H. Mal andersrum. Erst das H, dann das Seiten-B und dann unten wieder weg. Und dann haben wir das A. Und das B, was wir gerade noch dazugenommen haben, das bauen wir jetzt ein in die komplette Tonleiter. Und dann haben wir eine Blues-Tonleiter in E. Klingt dann so. Okay, das könnt ihr ja erst mal üben. Und im nächsten Video werden wir dann so ein paar Sachen damit spielen. Ich zeige euch vielleicht ein paar Blues-Licks. Irgendwas, was gut klingt. Was ihr dann spielen könnt. Aber übt erst mal nur die Tonleiter, dass sie in die Finger geht. Dass ihr wirklich wisst, welcher Ton wann kommt. Also, dass ihr nicht groß überlegen müsst oder suchen müsst. Sondern ihr spielt einfach E-Moll- oder E-Blust-Tonleiter. Zack, so geht's. Und das könnt ihr dann einfach spielen, wenn ihr wollt. Könnt ihr jetzt zum Beispiel üben, indem ihr einfach hoch- und runterspielt. Und so weiter. Eine ganz gute Übung. Okay, gut. Erstmal das Üben. Im nächsten Video geht's dann weiter. Da zeige ich euch ein paar Blues-Licks. Ein paar nette, leichte Blues-Licks. Genau. Jetzt übt schön. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde mich eine positive Bewertung natürlich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr mir gerne hier unten Kommentare reinschreiben. Oder auch Fragen stellen. Oder wenn ihr eine Idee habt, was für ein Video ich demnächst machen soll. Dann schreibt das gerne hier unten rein. Und dann werde ich gerne eure Fragen beantworten. Und genau. Bis bald. Im nächsten Video. Macht's gut. Euer Bernd. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.